Einige meiner Zuschauer und viele meiner Nicht-Zuschauer sind sofort kritisch, wenn sie einen Trend erblicken. Sie sind auf der Hut oder geradezu genervt. Doch ich würde behaupten, wenn dir das folgende Wort begegnet, darfst du etwas optimistischer sein. Cozy. Und ja, ich habe überlegt, ob ich mit so einem Titel und Einstieg nicht zu viel verspreche. Aber tatsächlich bin ich nach der Recherche noch mehr überzeugt als vorher. Alle hochsensiblen und introvertierten Menschen sollten wissen, was Cozy bedeutet und wie sie es für sich nutzen können. Cozy ist das englische Wort für gemütlich. Alternativ kann auch von behaglich oder kuschelig gesprochen werden. Und ja, ich weiß, ich weiß, warum sagt man denn nicht einfach gemütlich? Warum muss man das Cozy nennen? Keine Ahnung, ich mache die Regeln nicht. Cozy-Trends betreffen mittlerweile nahezu alles, was du im Internet und auch im echten Leben finden kannst. Gaming, Einrichtung, Bücher, Filme, Lebensgestaltung, YouTube-Videostile. Alles kann heutzutage Cozy sein. Und was heißt das dann? Im Normalfall bedeutet das in erster Linie, dass es langsamer und tiefgründiger zugeht als im Rest des Internets. Computerspiele sind laut und schnell oder manchmal sogar gewalttätig. Nun, Cozy-Games sind ruhig, dauern länger und verfolgen oftmals nicht mal ein konkretes Ziel. Tagesroutinen beginnen um 4 Uhr mit einer kalten Dusche und enden um 22 Uhr damit drei rohe Eier zu trinken. Cozy-Routinen starten mit dem persönlichen Biorhythmus, lassen Zeit für Pausen. Und niemand muss sich oder andere Menschen dabei anschreien oder ständig motivieren. Und damit ist dieser Trend so ein bisschen eine Antwort auf die Schnelllebigkeit und Vergänglichkeit von Social Media. Ob YouTube-Shorts, Instagram-Reels oder TikTok, es soll schnell gehen und es soll weitergehen. Immer wieder bekommst du einen Reiz und der Algorithmus und wir, die die Inhalte kreieren, versuchen mit allen Mitteln, dich bei Laune zu halten. Unter anderem deshalb kämpfen immer mehr Menschen mit einer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne. Aber nicht nur das. Ich würde mal behaupten, sehr, sehr viele Menschen glauben, dass sie das Internet als Ausgleich zum stressigen Alltag nutzen, obwohl sie sich eigentlich noch mehr stressen lassen. Also selbst wenn dir der Begriff Cozy nicht so wirklich geheuer ist, würde ich sagen, dass wir es gut heißen können, wenn einige Menschen die typischen Social Media-Regeln auch mal brechen, oder? Viele Internetdienste helfen uns theoretisch dabei, das Leben zu verbessern. Wir können bequem von zu Hause aus etwas bestellen, haben eine größere Auswahl, finden Informationen im Handumdrehen und wir können uns über hunderte oder tausende Kilometer hinweg mit Menschen vernetzen. Aber die Kehrseite ist ja auch, dass um Aufmerksamkeit online gekämpft wird. Das heißt, Zahlen regieren oft Inhalte. Das ist ja auch kein Geheimnis. Grundsätzlich ist uns doch fast allen bewusst, dass man uns einfangen will, oder? Nur über die Konsequenzen wird irgendwie nicht so richtig gesprochen. Da wird immer gleich auf die Extreme gegangen. Internet, Sucht, Falschmeldungen, Betrug, das sind große Themen. Aber der Durchschnittsnutzer fällt wahrscheinlich nicht auf billige Tricks rein und bekommt auch kein Herzrasen, wenn das WLAN mal ausfällt. Und wenn man so drauf ist, denkt man natürlich nicht, dass man ein Problem hat. Das heißt ja aber nicht, dass die Art und Weise, wie digitale Inhalte gestaltet sind, keinen Einfluss auf uns hat. Und das löst Stress aus. Negative Meldungen, Streit, ständig wechselnde Bilder und Sounds, das ist alles andere als gut, wenn wir es auf Dauer konsumieren. Es gab schon immer YouTube-Kanäle, Blogs und Menschen, die das nicht mitgemacht haben. Nur sind sie eben oft die Ausnahme. Durch die Cozy-Trends ändert sich das ein wenig. Gerade Menschen, die achtsamer mit ihrem digitalen Konsum umgehen wollen, dürfte das freuen. Denn es geht ja nicht darum, das Internet oder Social Media abzuschaffen, sondern darum, es wieder zum Vorteil zu nutzen. Es geht darum, dass wir kontrollieren, was wir sehen und aufnehmen und nicht umgekehrt. Gemütliche Inhalte sind da genau richtig. Du musst die Vorzüge des Internets nicht aufgeben. Du kannst dich unterhalten lassen, etwas lernen und dich mit anderen austauschen. Aber eben tiefgründiger und achtsamer. Der folgende Absatz stammt aus dem letzten Video zum Thema Oberflächlichkeit. Ich zeige dir mal, wie ihn viele verkaufen würden, aber erstmal, wie man ihn gemütlicher gestaltet. Jeder, der möchte, kann online eine Version von sich formen, die gar nicht existiert. Es gibt Influencer-Fotostudios, in denen man so tun kann, als würde man in einem Privatjet fliegen. Teure Luxusartikel kaufen, Fotos machen und sie wieder zurückschicken, ist auch schon lange ein Thema. Oder ganz neu, den Luxus einfach teilen. Viele Menschen tun sich zusammen, kaufen Luxusartikel und reichen sie dann rum, damit jeder mal ein bisschen angeben kann. Jeder kann online eine Version von sich formen, die gar nicht existiert. Es gibt Influencer-Fotostudios, in denen Leute so tun, als würden sie in einem Privatjet fliegen. Teure Luxusartikel kaufen, Fotos machen und sie wieder zurückschicken, ist auch schon lange ein sehr beliebter Trick. Oder ganz neu, den Luxus einfach teilen. Viele Möchtegern-Influencer tun sich einfach zusammen, kaufen Luxusartikel und reichen sie da rum, damit jeder mal richtig flexen kann. Ich habe die Anzahl der Schnitte erhöht, eine härtere und lautere Ausdrucksweise genutzt und die Musik im Hintergrund war peppiger. Damit ist es für viele leicht nebenbei zu konsumieren. Aber ob der Inhalt dann auch rüberkommt, weiß ich ja nicht so recht. Mir ist allerdings sehr wichtig zu betonen, dass es hier kein richtig oder falsch gibt. Ich fordere beim besten Willen nicht, dass wir alle nur noch entspannte Inhalte kreieren oder konsumieren dürfen. Aber es gibt bestimmt auch ein paar Menschen, die gar nicht so richtig darüber nachdenken, wie Videos, Musik, Texte oder Computerspiele gestaltet sind. Zu wissen, dass wir Auswahl haben, ist eine gute Sache, über die wir ruhig öfter mal sprechen können. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, kannst du mittlerweile für nahezu jede Internetkategorie auch Inhalte finden, die etwas ruhiger sind. Cozy Games, cozy Bücher, sogar cozy Unternehmensgründer gibt es mittlerweile. Speziell für YouTube habe ich einen einfachen Tipp. Wenn du Kanäle abonniert hast, die ruhigeren Content machen, dann öffne YouTube doch auch am ehesten über den Abo-Feed. Dort siehst du nämlich nicht, was der Algorithmus dir vorschlägt, sondern erst mal nur neueste Videos von den Kanälen, die du abonniert hast. Der Vorteil ist dabei einerseits, dass du wahrscheinlich einen entspannteren Einstieg in dein Internet-Erlebnis hast. Vor allem sagst du dem Algorithmus aber auch, dass du solche Inhalte wirklich gerne siehst. Also bekommst du mehr davon vorgeschlagen. Deshalb lohnt es sich auch, bei cozy Videos ein Like oder am besten noch einen Kommentar zu hinterlassen. Du musst ja auf andere Inhalte nicht verzichten. Aber Interaktionen solltest du dir eher für die wertvollen, tiefergehenden Inhalte aufheben. Das ist gar nicht mal so unwichtig, denn viele Menschen trauen sich gar nicht, nicht diese super optimierten, lauten Drama-Videos zu machen. Sie glauben dann, sie wären zu langweilig für das Internet. In Wahrheit gibt es genug Zuschauer, die auch gerne gemütliche Inhalte schauen und hören. Zwischen den Kreativen und dem Publikum sollte daher ein Geben und Nehmen stattfinden. Ich persönlich bin kein ruhiger Mensch im Sinne von ausgeglichen oder entspannt. Mein Hirn rattet viel und laut. Aber genau deshalb brauche ich auch cozy Inhalte. Wenn ich ohnehin schon ein innerlich nervöser Mensch bin, dann verschlimmere ich das nur, wenn ich laute, schnelle Inhalte schaue, die mich eigentlich nur ablenken oder aufregen sollen. Wir müssen wieder daran glauben, dass wir entscheiden, was wir täglich tun und wahrnehmen. Dieser Glaube fehlt vielleicht vielen, weil sie sich so sehr daran gewöhnt haben, den Algorithmus auswählen zu lassen, was wichtig ist. Cozy Trends werden das Problem nicht allein lösen können. Aber die Verfügbarkeit dieser Inhalte ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ganz besonders für diejenigen von uns, die die Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit der Welt als Belastung wahrnehmen. Wenn ich Menschen bitte, Kommentare dazu zu hinterlassen, was sie in ihrer Freizeit oder als Ausgleich zum stressigen Alltag tun, dann wird ganz oft von Zeit auf der Couch gesprochen. Oder vom Lesen, von Fahrradtouren oder Waldspaziergängen. Gemütliche Dinge eben. Unter meinen Zuschauern sind wenige Leute, die ihren Alltag unbedingt mit viel Adrenalin oder völliger Betäubung ausgleichen wollen. Wie so oft gilt also, wir leben vielleicht alle auf demselben Planeten und gehören zur selben Spezies, aber unsere Bedürfnisse unterscheiden sich. Einfach hinzunehmen, dass das Internet ein lauter, unübersichtlicher Ort voller Drama und Hass ist, heißt auch, uns das zu verwehren, was wir wirklich brauchen. Und manchmal ist das, was wir wirklich brauchen, eine ruhige Stimme, angenehme Musik, wenig Drama und eine gute Zeit, die uns nicht noch mehr erschöpft. Wenn du Kanäle auf YouTube kennst, die deiner Meinung nach cozy Inhalte kreieren, dann immerher damit. Deine Empfehlungen könnten anderen Menschen helfen. Danke für deine Aufmerksamkeit.